Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe hier beim Tele-Stammtisch. Mein Name ist Kathi und ich bespreche heute mit dem lieben Paul, mit dem lieben Johannes, hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Den Film Holy Island, der demnächst in den Kino startet. Und ja, ich glaube, das wird eine interessante Besprechung, weil der Film, also zumindest mich, ratlos zurücklassen hat. Ich weiß nicht, wie es euch zwei da ging, aber das können wir dann gleich besprechen. Paul, du würdest gern zusammenfassen, was es hier geht, oder? Wir begleiten zwei Menschen, die mehr oder weniger durch eine trostlose Stadt ziehen und laut dem Text des Verleihs eine Geschichte über zwei verlorene Seelen, die im Fegefeuer in Form einer heruntergekommenen Hafenstadt gefangen sind. Mystisch. Ja, ähm, jetzt weiß ich genauso viel, wie nachdem ich den Film geschaut habe. Okay, ich weiß nicht, wo wir anfangen können, weil ich bin, ich weiß gar nicht, ich habe den Film, glaube ich, nicht verstanden. Ich glaube, das kann ich sagen. Ich weiß, wie es euch da ging, aber ich weiß nicht, was der Film mir sagen will oder wie ich das alles hier interpretieren oder deuten soll. Vielleicht habt ihr da mehr ausgesehen oder gelesen, aber ich war die meiste Zeit doch eher ratlos dann. Also, wir werden ja jetzt hier schon so ein bisschen was aus dem Film vorwegnehmen, auch sicherlich das ein oder andere ansprechen, deswegen so ganz spoilerfrei, würde ich sagen, wird das Ganze jetzt nicht. Ja, obwohl ich nicht weiß, wie viel man hier spoilern kann. Ich glaube, ich glaube, das ist auch nicht so schlimm bei dem Film, denn eigentlich, wie es diese Inhaltszusammenfassung so beschrieben hat, wir befinden uns quasi in so einer Zwischenwelt, zwischen dem Leben und dem Tod wahrscheinlich und dem, was beide oder was die Figuren da noch mit ihrem Leben oder mit ihren Erinnerungen verbindet. Ich weiß nicht, Johannes, wie hast du diese Struktur des Films wahrgenommen? Ja, der Film erklärt sehr, sehr wenig. Es gibt eine Szene, wo die Protagonistin den Protagonisten fragt bzw. sagt, wenn er etwas Komisches empfindet oder sieht, dann soll er sich melden. Und ich habe mich auf jeden Fall die ganze Zeit eigentlich so gefühlt. Also, ich saß sehr häufig vor dem Fernseher so mit Stirn, Runzeln und offenen Mund und habe so gedacht, was ist los? Wieso ist der Taxifahrer so komisch? Warum gibt es kurioserweise ganz wenig Menschen in diesem Ort? Und dann, du hast es auch beschrieben mit den Rückblenden, also einerseits ist der Film in schwarz-weiß, dann mal wieder farbig, wenn bestimmte Karten ins Spiel kommen und dann noch in so einer Super-8-Ästhetik, was wahrscheinlich Rückblenden sind. Also, es ist auf jeden Fall viel und es wird nichts erklärt. Ja, also normalerweise habe ich ja auch nichts gegen so Filme, die einen so ein bisschen selber da rätseln lassen oder auch nicht alle Antworten geben. Das ist ja auch okay für den Filmen. Aber bei dem hat das für mich so gar nicht funktioniert. Am Schluss bin ich da gesessen und war eher frustriert, als dass ich darüber nachdenken wollte, was jetzt eigentlich passiert ist und was das eigentlich alles bedeutet. Was dann doch eher ein schlechtes Zeichen ist, weil ich halt so eigentlich keinen Bock hatte, mich weiter damit zu beschäftigen, weil er mich so frustriert hat. Das ist so ganz viele Puzzleteile, die man, wenn man möchte, da zusammensetzen kann. Wir haben, wie gesagt, einmal diese beiden Figuren, über die man ein bisschen was lernt, deren Chemie für mich aber nie so richtig aufgegangen ist, obwohl ich die Hauptdarstellerin tatsächlich sehr gut fand, beziehungsweise hatte die eine schöne Ausstrahlung, vor allen Dingen auch in dem, wo sie da tanzt. Und dann gibt es da auch ganz viele christliche Symbole. Man hat, wie gesagt, die Rückblenden. Man hat diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die auch ein paar schöne Einzelbilder kreieren, aber dieser Film bestätigt halt so viele Klischees oder arbeitet so viele Sachen ab, die Leute im Kopf haben, wenn sie diesen Begriff im Kopf haben, den ich eigentlich nicht mag. Aber wenn sie halt denken, wie Arthouse-Filme sind, so Schwarz-Weiß, bedeutungsschwanger, aufgeladen. Aber ja, aufgegangen ist es für mich letztlich auch nicht. Ja, du hast gemeint, so Puzzleteile, die man zusammenbauen kann, aber es fühlt sich eher an, als wäre das irgendwie drei verschiedene Puzzles und keine von den Teilen passt so wirklich zusammen, weil das irgendwie drei verschiedene Kartons sind, die man unabhängig zusammengeschmissen hat. Und dann versucht man das und sich die Teile rauszupicken, die irgendwie funktionieren, aber es passt irgendwie nicht ganz so viel in die Ecke irgendwo. Ja, es ist, es hat für mich leider nicht funktioniert. Ich finde, er hat ein paar interessante Ansätze, auch was Johannes schon gemeint hat mit diesen Spielkarten, die immer wieder da sind und immer wieder doch Bedeutung haben. Aber das wird auch nie richtig erklärt. Das spielt irgendwann auch keine Rolle mehr. Und auch das mit diesem Ticket, dass es da anscheinend nur eins gibt und nur eine von denen da diese Insel wieder verlassen kann. Keine Ahnung. Das hat mich alles, ja, das fand ich alles nicht so geil. Und ich glaube, Paul Duss hat es vorher auch schon gesagt, so eine Insel zwischen Leben und Tod. Das war auch mein erster Gedanke, ob die da jetzt irgendwie, ich sage mal, auf der Durchreise sind, weil es ja eigentlich darum geht, dass sie auf eine Fähre warten, die dann auch irgendwie alle nicht kommen. Und das hat mich dann auch irgendwie, was ist das, griechische Mythologie mit dem Fluss, wo die toten Leute über den Fluss gefahren werden, hat für mich nicht funktioniert. Ja, ich weiß nicht, ob ihr noch so kleine Interpretationsansätze, weil also Interpretationen kann man hier sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch einzelne Szenen kann man sich hier herauspicken, weil man ja ihn auch immer wieder, was weiß ich, auf Beerdigung sieht oder mit einzelnen Figuren zusammen. Das lässt sich, wie gesagt, auch deuten. Für mich war es vor allen Dingen in diesem Zusammenspiel von Bunt und Schwarz-Weiß auch immer so ein bisschen, als wären sie schon noch am Leben. Aber die Momente, in denen sie halt so richtig gelebt haben oder ihr Leben so richtig gespürt haben, die waren dann halt immer in Bunt. So, das habe ich vor allen Dingen bei dieser Tanzszene, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, wo sie sich dann einfach so ein bisschen der Musik hingeben und dann dieses Bunte so dazwischen aufblitzt. Aber es hat halt die ganze Zeit jetzt nicht nur vom Beschreibungstext, vom Verleih her dieses Fegefeuer, sondern natürlich, es heißt auch Holy Island und wie gesagt, diese Symbole, die, also nicht nur, dass Jesus da immer da an diesem Auto da baumelt, an dieser Duftkerze oder was weiß ich. Ja, und der Typ hat ja die Bibel im Taxi. Eben, und sie reden ja auch aktiv drüber. Also es lenkt sich schon alles so in eine gewisse Richtung, aber, und Ansätze stecken da drin, aber so richtig eindringlich fortspinnen kann die der Film meiner Ansicht nach nicht. Ja, der Film löst das ja auch nicht auf. Also wenn man sich den Trailer anguckt, also wir haben, ich glaube, wir haben uns alle vorher den Trailer angeguckt und ich habe gedacht, okay, ein bisschen kurios, aber wenn ich den ganzen Film gucke, dann erschließt sich mir das bestimmt. Aber eigentlich ist der Trailer da sehr ehrlich, weil mehr, also der Film bietet ganz viel an und sagt aber nicht, das ist richtig oder das ist korrekt oder denkt das mal in diese, beziehungsweise doch denkt in diese Richtung, aber ihr könnt auch in ganz andere Richtung denken. Also ich hatte, keine Ahnung, ich muss auch bei Irland und bei dieser kaputten Insel, muss ich so ein bisschen, weiß ich nicht, Wirtschaftskrise denken, irgendwie auch, weil die Vergangenheit war mal schöner, jetzt ist irgendwie, ist es kaputt gemacht, aber dafür wird der Film am Ende dann doch zu, zu surreal. Ich hatte zwischenzeitlich auch so ein bisschen gedacht, vielleicht hat es was mit Demenz zu tun, weil es so eine Lehre ist, sie wissen nicht, wo sie sind und dann auch diese Erinnerungen an die Familie und an frühe Erinnerungen, aber auch das, also vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, ich hatte jetzt ein bisschen durch Gedanken an eine Depression, die überwunden werden muss, an etwas, was aufgearbeitet werden muss und auch dieses Ende, da sieht man eine der beiden Personen ja dann aus dem schwarz-weiß Delirium da mehr oder weniger ausbrechen und dann erhält auch dieses Meer oder diese Fähre da eine Doppeldeutigkeit, weil manchmal scheint es in dem Film so, als wäre, als würde das, dass das Meer sie eher so, ja, zu sich ziehen wollen und etwas Böses quasi, aber am Ende ist es ja eher ein Befreiungsschlag, wenn die Person da auf dem, auf dem, auf der Fähre steht und dann, ich glaube, so gelandt, wie das geht. Aber ja, ganz viele philosophische und existenzialistische Ansätze oder Gedanken hier drin, die manchmal aufgegriffen und manchmal vielleicht auch ein bisschen vertieft werden, aber jetzt auch nicht zu viel. Ja, es ist halt auch, es ist halt auch viel um so, ich sage es mal, verlorene Chancen oder verpasste Momente in ihrer Vergangenheit, da geht es halt auch um vom Hauptdarsteller, das Begräben ist von seiner Mutter, das er irgendwie verpasst hat und alles. Genau. Und dann treffen sie ja auch auf ihre Jüngeren selbst, die sie dann irgendwie auf ihre Alternativen selbst oder ich bin mir nicht ganz sicher, wie genau die da gedeutet werden wollen und vielleicht, was das Leben mal war oder was das Leben hätte sein können. Aber ja, da ist so viel drinnen und da wird so wenig erklärt, dass es, dass man halt darüber klar reden kann, aber dass ich, wie ich auch schon erwähnt habe, ich habe keinen Bock, mich noch mehr damit zu beschäftigen, weil je länger ich darüber nachdenke, desto mehr tut mein Kopf auf weh irgendwann. Ja, aber also ich finde ja auch, ein Film muss ja jetzt auch nicht immer diese Antworten liefern oder irgendwelche, welche Ansätze kann es auch einfach, einfach so mal vor sich hinlaufen, aber irgendwie ist es, man hat sich nach einer gewissen Zeit einfach satt gesehen daran. Ja, das habe ich auch forschend gemeint. Man muss ja auch nicht alle Antworten liefern, mit dem bin ich ja auch fein, aber das muss dann halt auch funktionieren. Aber kurz, Johannes, nochmal, wie fandest du allgemein die Bilder, die der Film vor allen Dingen entwirft? Also ich bin ja schon Schwarz-Weiß-Freund und muss auch sagen, ich habe hier das eine oder andere auch wieder, fand ich schon schön. Ich hatte aber auch teilweise das Gefühl, es war, also dadurch, dass es auch so leer war und so clean, ich habe auch von der Ästhetik her das Gefühl gehabt, ich schaue hier jetzt gleich so einen Werbefilm für so ein Parfüm. Es fehlt so ein bisschen die Filmkörnung, meinst du, das stimmt, der ist schon irgendwie, was das angeht, digital, gerade im Vergleich dann zu diesen Rückblenden in Super 8, da ist der Kontrast dann natürlich noch stärker. Ich fand ihn am Anfang sehr schön, auch wenn man das erste Mal halt diesen verlorenen und leeren Ort kennenlernt, irgendwann habe ich mich, das hast du glaube ich auch gesagt, ein bisschen daran satt gesehen. Also auf so einer ganz profanen Ebene war ich irgendwann, zumindest was die Ästhetik angeht, nicht mehr so abgeholt, weil er dann gefühlt nicht genug daraus macht. Also für so einen sehr, für so einen Film, der sehr über die Stimmung geht und so ruhige Bilder, hätte ich mir glaube ich fast noch mehr so ruhige Momentaufnahmen gewünscht, wo vielleicht nichts passiert, aber am Ende passiert es dann nicht mehr genug. Ja. Würdet ihr glauben, das hätte als so eine Art 40-minütiger Kurzfilm besser funktioniert? Ja, vielleicht hätte er als Kurzfilm besser funktioniert, aber der geht ja auch nur, was, eine Stunde 20 oder so? Oder eineinhalb Stunden? Also der geht ja auch nicht so lang. Aber ja, vielleicht hätte sich das ganze Konzept ja 40 Minuten besser tragen. Müsste man ausprobieren. Keine Ahnung. Der hätte auf jeden Fall nicht länger gehen dürfen, oder? Also ich fand, es hat sich irgendwann schon sehr gezogen und ich fand, der Film hat sich auch irgendwie nicht so entschieden, weil einerseits ist er geerdet, aber dann hat er immer diese surrealen Momente und ich habe gedacht, geht, also mach da doch mehr. Also ich hätte mir glaube ich gewünscht, dass der All-In geht, auch am Ende. Also das, das weiß ich nicht, dass er das alles aufbricht oder was auch immer am Ende passiert, aber diese, aber es ist vielleicht auch, also ich weiß auch noch nicht, ob es irgendwie das Geniale oder das Frustrierende daran ist, dass es diese Erlösung am Ende nicht gibt, wo ich denke, jetzt, aber komm, was ist mit David, was ist mit Rosa, was ist hier überhaupt los? Und dann ist der Film vorbei und ich denke so, ha. Ja, nein, ich weiß es nicht. Ich hätte mir auch, ich hätte mir auch an vielen Stellen halt sowohl inhaltlich als auch vielleicht stilistisch da noch mehr Konsequenz einfach vorstellen können. Ja, ja. Aber ja, und das ist halt auch, also er hat sich schon echt lang angefühlt und das sage ich als jemand, der wirklich sehr, sehr gerne Filme inhaltlich weiß. Der Drive-My-Karfen voll im Jahr schaut, ja, ja. Der auch gerne Filme anschaut, wo Menschen einfach nur dahin schlendern. Es ist halt, glaube ich, so ein Film, den müsste man wahrscheinlich noch zwei, dreimal gucken und dann könnte man sich zu dritt reagieren. Ja, genau, das ist ja das Problem. Also ich glaube, um da wirklich reinzugehen, müsste man ihn nochmal gucken, müsste sich, glaube ich, zusammensetzen und mit einzelnen Szenen auseinandersetzen und das irgendwie mal so ein bisschen, ja, fast in so einem universitären Kreis mal auseinandernehmen oder in einem Filmexpertinnenkreis. Aber muss ich auch sagen, ich habe nicht Lust, das jetzt nochmal zu sehen. Das ist, das ist so schade. Also ich, weil inhaltlich bietet der Film das, glaube ich, an, aber der Film gibt mir dafür dann doch nicht genug auf, wenn du sagst, die Tanzszenen sind schön. Also ich finde, wenn die beiden da auf der Straße tanzen, das ist eine ganz, ganz schöne Szene. Ja, das stimmt schon, aber das, das ist halt das, vielleicht ist genau das das Frustrierende dran, dass man vielleicht auch weiß, dass man da noch viel mehr drin sehen könnte, aber halt auch nicht den, den jetzt zumindest gerade noch nicht nochmal schauen macht. Vielleicht ist es in einem Jahr oder so wieder anders und dann denkt man sich nochmal, hey geil, vielleicht doch nochmal und ich gebe mir den nochmal, aber gerade so bin ich, ne, ich habe genug von dem. Gut, dann haben wir noch einen Punkt. Befreundet ist, hat auch so einen leichten Tick. Also könnte man wahrscheinlich auch ganz viel reininterpretieren. Aber ja, dazu ist es mir halt dann auch zu, zu vage und auch zu eingestreut halt. Also man ist einmal, man hat immer so einen Topf gegriffen und das so ganz viele, wie gesagt, ganz viele verschiedene Elemente da drin fallen lassen. Aber ja, mir letztlich auch irgendwie ein bisschen so bedeutungsschwanger, ja, oder, dass, ja, dein Leber nochmal wilde Erdbeeren oder so gucken. Ich dachte, du sagst, es ist wilde Kerle, aber gut. Kathi. Ja, weißt du, seit der Passion, ähm, egal, anderes Thema. Gut, dann bedanke ich mich herzlich bei euch beiden für diese doch interessante Besprechung zu dem Film, den wir jetzt alle drei nicht so geil fanden. Aber hier, man kann ja doch was rausholen. Und wenn man da Bock hat, zu interpretieren, könnt ihr doch gerne Kommentare schreiben oder auch per Mail, was ihr davon haltet, wenn ihr den gesehen habt. Weil vielleicht gibt es auch Ansätze, die wir da jetzt gar nicht gesehen oder gefunden haben, die ihr aber darin entdeckt habt. Das könnt ihr überall machen, wo es Likes gibt. Also Insta, Spotify, Mail, wo auch immer. Twitter. Spotify gibt es keine Likes. Ja, doch, man kann Sachen liken, oder? Ja, egal. Doch, es gibt Likes auf Spotify. Es gibt Liked Songs. Man kann Sachen liken. Von uns nicht oder mich nicht. Voll ins Konzept krätschen. Nein, aber ihr könnt uns auf Spotify zum Beispiel mit fünf Sternen bewegen. Ja, genau das siehst. Social Media kann. Im Dienstag, ne, vielen Dank euch beiden. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.